Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nr. 26 von TheBrew XCOM Declassified. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Weaver, sind hier durch den, ja, Sumpf quasi, Ablageplatz, Punktstation, der Outsiders, äh, ja, gewartet. Und hier irgendwo in der Nähe soll Weaver sein. Jetzt werden wir natürlich dann auch mal genau gucken, ob sie denn hier irgendwo ist. So, da gibt's auf jeden Fall Energie, das ist schon mal gut. Die schnappen wir uns mal eben. Zack. Jetzt wird da noch irgendwas versteckt, ne? Da ist die Waffe nur. Okay. Mal weg damit. Ja, man sollte auch treffen. Ja. Ah ja, ganz schön. Aber sie macht guten Bums. Von daher, da muss man das verkräften. So, was liegt denn da? Noch eine Laser-MP. Okay. Was ist hier? Noch nichts weiter. Da ist irgendwas von einem Trasse auf jeden Fall. Was ist das? Irgendwas kaputt ist. Wirkliches Zeug. Das ist nur der Raketen... Oh. Was haben wir denn da? Ausrüstung erhalten. Haftgranate. Ein Sprengsatz mit Zeitzünder, der am Ziel haftet, bis er detoniert. Dann haben wir natürlich... So viele wie geht mit. Da ist eine Barriere. Wie kommen wir da durch? Sie müssen sie senken. Da war ein Teleporter aber... Dann wurde es hitzig. Sie haben ihn hochgejagt? Ich hätte nicht mit Gästen gerechnet, Carter. Tja. Können wir da jetzt irgendeinen von den Jungs ransetzen? Einen von ihnen muss dieses System überbrücken. Genau. So, das macht mal... Gute Frage. Ich würde sagen, er macht es. Da wir mit dem anderen uns einfach besser verbunkern können. Genau. Da müssen wir jetzt mal zusehen. Dann stellen wir die mal hier hin. Da ist doch schon irgendwas runtergekommen, oder? Ich habe das jetzt falsch gehört. So, wir gehen auch da hin. Erstmal. Ja. Da ist doch schon was. Irgendwie... können wir nicht zählen. Ah. Zack. So, was haben wir denn da noch? Oh, da ist noch eine ganze Menge. Gehen wir den mal erstmal in Silikoin dahin. Und mal direkt ein Vertreiben. Ne? Auch so hier hin. Ja. Und dann würde ich sagen, warten wir mal erstmal kurz. Zack. Ich bin mal gespannt. Oh. Ach. Ach, die hat nicht getroffen. Die geht sonst wohin. Ach so. Zum Geschütz geht sie. Oh. Oh, 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 oh. Okay, das ist jetzt... Böse. So. Da müssen wir jetzt mal direkt drauf halten. So. Ist dann nichts wieder bereit? Dann heben wir ihn mal an. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Da ist ja auch einer schon... direkt dran. Nicht nett. So. Jetzt können wir noch mal ein Vertreiben. Was machen wir denn jetzt damit? Auch einfach nochmal direkt rauf. So. Da. Ruf. Immer ruf. Haben natürlich jetzt im Moment nichts zum Ablenken. Huch. Okay. Jetzt müssen wir mal Position wechseln. Einfach mal zu einer Bezerin. Und dann hier nochmal ein Geschütz hin. Dann machen wir mal eine Mine. Da so. So. Jetzt machen wir mal mit der Pistole ein bisschen was. Ja. Das sieht ganz gut aus. Na. Geht ruf. Na. Das war klar, dass der eine nicht mehr trifft. Hä? So. Aufgestiegen. Nice, nice, nice. Sie ist unten. Okay. Puh. Zack. So. Und da sind auch... Oder... Ne. Nicht beide, aber einer ist aufgestiegen. Unser lieber Supporter. Achso, hat er uns direkt dahin geschickt. So. Turm baut nun automatisch ein Schild auf. Dieser Agent ist meist am Umgang mit autonomen Waffensystemen. Seine Türme sind jetzt mit Schilden ausgerüstet. Oder... Schrauber... Was? Schrauberaffe? Okay. Er richtet den Sch... Was? Er erhöht den Schaden, den er Druck bei mechanischen Gegnern... Achso. Ah, okay. Das mechanische Geschick dieses Agenten ermöglicht, den Druck bei mechanischen Gegnern höheren Schaden anzurichten. Ja, ist nett, aber... Geschwitzt? Schild? Hört sich geil an. Ich glaube, wir nehmen das. Ja. Wir nehmen das. Das hört sich einfach toll an. Wird jetzt wahrscheinlich das schlechtere sein, aber egal. So. Das hätten wir auch. Das ist voll. Dann mal rein in die gute Stube. Schauen wir uns hier mal um. Will? Sind Sie da? Das ist ja eine irre Anlage hier. Ich hab so das Gefühl, die gibt es schon länger. Richtig. Viel länger als ich gedacht habe. Was macht Sie so sicher? Kommen Sie her. Sie müssen sich etwas ansehen. Okay, das hört sich jetzt sehr geheimnisvoll an. Okay. Hier gibt es auf jeden Fall keinen Kampf. Ich hab keine Waffe mehr in der Hand. Was ist das für ein... ...Resen See? Da ist die Dame. Irgendwas zum Benutzen hier. Könnte man auf jeden Fall gleich rüber. Hier wird es garantiert auch weitergehen. Gucken wir nochmal, ob hier irgendwas... Was ist das? Eine Lampe. Okay. Schade. Ich dachte vielleicht noch eine Planskizze oder so. Oder endlich mal ein Laserscharfschützengewehr. Ach, guck mal. Was ist das hier alles? Wer ist der, Angela? Sein Name war Pete. Ihr Bruder? Ja. Axis hat ihn mir genommen. Ich bin hier, um ihn zurückzuholen. Aha. Axis hat trotzdem Top-Priorität. Wo ist er? Er ist noch irgendwo im Labor. Er wird nicht fliehen. Das hier ist ihm zu wichtig, als dass er es aufgeben würde. Was genau treiben die eigentlich hier? Sie entwickeln die Hypnose-Krankheit weiter. Testen neue Toxine und Verbreitungsarten. Das ist Ground Zero. Dazu also diese Anlage. Sie entwickeln die Krankheit an lebenden Testobjekten. Und ihr Bruder? Pete war eines der ersten Testobjekte. Diese Anlage existiert schon lange. Viel länger, als ich gedacht hätte. Dann wird es Zeit, sie stillzulegen. Hm. Wie war das? Einfach den Knopf drücken? Mann, Mann, Mann. Wie stehen Pete's Chancen? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist er seit Jahren hypnotisiert. Aber ich lasse nicht zu, dass er für immer verschwindet. Er hat Glück, dass er sie als Schwester hat. Ich bin ein Jahr jünger als er. Aber in der Schule wurde immer er verprügelt. Bis ich alt genug war, um zuzuschlagen. Axis wird's harter treffen. Oh weh, oh weh. Was macht sie so sicher, dass Axis hier ist? Hier haben sie das Toxin perfektioniert. Und verbreiten es immer noch an der ganzen Westküste. Es ist ihm also zu wichtig, um einfach zu fliehen. Genau. Ich suche Axis seit Jahren. Zunächst ohne zu wissen, wer er ist. Wenn er eine Schwäche hat, dann seinen Stolz. Auf seine Arbeit und sein Volk. Er zieht jetzt nicht den Schwanz ein. Nee, so wirkte er definitiv auch nicht. Warum sind sie abgehauen? Schauen wir einfach mal. Warum lassen sie Axis nicht mir und meinem Team? Hätte ich das getan? Selbst wenn sie Axis gekriegt hätten, hätte ich nie erfahren, was mit Pete ist. Sie hätten was sagen können. Nein, hätte ich nicht. Carter, ich bin eine Frau in einem Männerjob. Emotionen kann ich mir nicht leisten. Tja. Ja, zu der Zeit war das alles noch ein bisschen härter. Es ist nicht schwierig, wenn wir zusammen helfen. Ich bleibe hier und sehe nach, wo sie Pete festhalten. Und wo sich Axis versteckt. Aber dass sie mir nicht wieder abhauen. Ich habe lange auf diesen Tag gewartet. Glauben Sie mir, Will. Ich laufe ihn nicht weg. Nee, so wirkte sie auch nicht. So, was ist hier noch? Irgendwelche Pumpen. Und ein Knopf. Die man nicht benutzen kann. Aha, hier ist das Zeug aber noch blau. Das heißt, sie machen das irgendwie mit Wasser. Kann das sein. Es wirkt gerade so. Naja. Also weiter im Text. Gehen Sie weiter runter, Will. Ich überprüfe Ihre Systeme von hier aus. Geben Sie Bescheid, wenn Sie sie finden. Das werden Sie dann schon merken. Okay, wo geht es jetzt genau weiter? Da ist eine Tür. Gehen wir nochmal hier eben looky-looky machen. Ist das vielleicht eventuell irgendwie eine Waffe oder so? Das sind Versuchsobjekte. Okay. Wo hat der im Kopf rum? Nee. Wirkte gerade im ersten Moment so. Okay, hier scheint aber auch nichts zu sein, sonst. Na gut, na gut. Stimmt's, Commander? Oh ja. Das schwöre ich. Aber hallo. Oh. Und ein Speicherpunkt. Sehr schön. Zack. Trupp und Zugriff auf neue Ausrüstung. Was hatten wir denn da? Neues Pack. Achja. Genau. Nö. Nö, nö. Wir bleiben einfach mal dabei. Zack. Ah. Der große William Carter ist eingetroffen. Ich habe mich auf unser Treffen gefreut. Ach. Genieß deine letzten Minuten, du mieser Drecksack. Ich reiß dir dein verdammtes Herz aus dem Leib. Das reicht jetzt. William Carter ist derjenige, über den ich reden möchte. William Carter ist es, der Vernunft annehmen kann. Tut mir leid, Kumpel. Ich bin nicht hier, um zu plaudern. Hm. Wollen wir natürlich jetzt hier nichts verpassen. Und was scheint hier ja noch zu sein? Hä? Da liegt auf jeden Fall noch irgendwas. Das ist aber schon ein bisschen hinüber. Tagebuch, zweite Seite. Ich, ich verändere mich. Ich kann es sehen. Langsam, ganz langsam. Einige der anderen verändern sich überhaupt nicht. Sie sterben einfach. Manche sterben ganz schnell. Minuten. Wir sind Laborraten. Gestupst. Gestochen. Ich hoffe nur, ich sterbe. Hm. Ich will nicht. So etwas werden. Was auch immer das ist. Wozu wir werden. Monster. Tiere. Ich hoffe nur, ich sterbe. Ich hoffe, jemand entdeckt diesen Ort. und legt ihn in Schutt und Asche. Schutt und Asche. Ich will nicht. So etwas. Okay. Großer Gott. Da. Unter uns. Verdammt. Menschen in Ställe gepfercht wie Tiere. Wir müssen ihnen helfen. Das sind keine Menschen mehr. Nicht wirklich. Und helfen können wir ihnen nur, indem wir diese Anlage für immer schließen. Oh ja. Da bekommt man immer mehr Lust drauf. Gütig, gütig. Und noch eine Planskizze. Erhöht die Reichweiten aller Fähigkeiten beträchtlich. Reichweitenvergrößerungspack. Naja. Ist auch nicht gerade so prall. Was liegt da? Eine Laserpistole. Bewusst. Kommt. Drei Stück gleich. Wo kommt ihr denn jetzt auf einmal her? Könnt ihr mir das mal verraten? Naja. Ein Phantom. Was ist denn ein Phantom? Können wir noch nicht scannen? Na. Schauen wir uns das gleich mal an. Phantom. Sagt mir jetzt zumindest im Moment nichts. Der lebt aber noch da. Spratz. Jetzt tut er es nicht mehr. Ich gehe rein. Kommen Sie wieder her. Komme zurück. Genau. Schön zusammen vorgehen. Wir müssen gucken, was dieses Phantom ist. Hm. Merkwürdig, merkwürdig. Da ist nichts. Ist der hier? Aua. Oha. Oha. Tarnt sich vor der Bewegung. Bewegt sich an die Flanken. Nahkampfangriffe von der Flanke. Haftgranaten. Leer sind Pulsgewehr. Schnelle Bewegung. Sie bewegen sich schnell, können sich tarnen und sind extrem gefährlich, wenn sie den Gegner umgehen können. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ach, was war's denn? Schussfeld rausgehen. Na? Wieso kann ich hier nicht... Deckung gehen? Na. Ach, wo ist... Yo. Läuft, läuft, läuft und so. So. So, setzen wir schnell hier ein Turm hin. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, es sind gleich zwei von denen. Böse. Ja, jetzt liegen sie beide. Gucken wir mal, ob das klappt. Oh, 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 oh. Uns geht's nicht gut. Uns geht's gar nicht gut. Schnell rum da. Puh. Puh, puh, puh. Das haben wir ja nochmal, zumindest bis jetzt, gefangen bekommen. Puh, puh, puh. Komm mal schnell zurück da. Wir brauchen jetzt hier mal schnell den Blob. Ja, leicht gesagt, wir haben im Moment keine. Autschi. Ja, ein kleines bisschen noch, bis die Heilung kommt. Vier Sekunden noch. Haltet euch ein bisschen zurück. Ich brauche einen Sanitäter. Oh. Noch so ein Decker. Jetzt verliehen wir grad ein bisschen hier die Kontrolle. Ja, wobei, jetzt geht's gerade wieder, scheinbar. Was ist denn da was? Da hinten. Und weg mit dir. So. Jetzt können wir hier auch mal wieder ein bisschen Land gewinnen. Da ist nix. So, was siehst du denn noch? Elitischer Schützen? Oh, zwei Stück. Los, drauf halten. Dann nimm den mal weg. Dann nimm den mal weg. Aber er lebt noch. Kann man nicht von hier sehen. Wir haben unseren Block erledigt. Ne. Gehen wir einfach mal über die Flanker. Ach, okay. Da oben. Ah, ist ja interessant, dass sie so einen netten Pornöbel auf dem Kopf haben. So wie man sie auch ja sehen kann. Ähm. Warum, um Gottes Namen, bist du gesch... Ach. Du Scheiße. Wieso ist denn da... Von hinten einer gekommen? Der Lurch. Auf und davon. Er lebt noch. Na komm schon. So, hopp, hopp, hopp. Und hoch mit ihnen. Hopp. Jetzt kommen wir aber schneller weg. Ah. Ja. So, und du? Gehst mal schnell hier hin. Ändere die Position. Die Drohne sind... Soja wollen wir schon gar nicht hier. Schweinski. So. Wo ist der jetzt? Huch. Was war das? Okay, Team Kollegen erwischt. Achso, dann bauen wir nochmal bitte ein Dürmchen auf. Weg mit dir. So. Jetzt gehen wir nochmal ein bisschen über die Flanke schauen. Oder was? Wieso? Warum? Weshalb? Was tust du? So. Oh. Oh, 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 oh. Alles nur wegen dem einen Typen hier. Arschloch. Gibt es noch irgendwas? Okay. So, dann noch der eine. Ich mach den mal platt. Ich sehe ihn nicht. Da. Ha. Fuß geschossen. Und wo schießt der noch drauf? Der hat anscheinend noch irgendwas. Autsch. Okay. Jungs. Ich bräuchte euch da mal. Das wird zügig. So, der ist tot. Puh. Puh, puh, puh. Wir sollen das erste Spezies, die sich uns übersetzt. Und ihr werdet auch nicht die Letzte sein, die uns nach der vollständigen Übernahme dafür dankt. Ich wär mir da ja nicht so sicher, mein Freund. Nachher bist du derjenige sein, der weint. Ah, schauen wir mal. So, was ist denn hier noch? Nichts nur groß. Hier vielleicht. Auch nicht. Okay. Also weiter. Was liegt da? Gau nix. Gucken wir mal, wo es uns diesmal hinführt. Was ist das? Ich höre da irgendwas. Ich habe ihn gefunden. Ich nehme eine Abkürzung zu Ihnen. Endlich habe ich ihn gefunden. Ich habe meinen Molder gefunden. Oh, sie hat ihren Bruder gefunden. Das ist doch fein. So, wir haben mal eben Insektoiden weggeschossen. Ist denn da was? Da. Da hat was gezuckt. Ist der jetzt rüber? Na gut. Einfach mal ein Stückchen ran. Links. Ist irgendwas links? Okay, wir bauen uns jetzt hier einfach mal auf. Was da noch geht. So. Dann nochmal eine Mine hier. Dann kommst du auch mal ran. Äh. Über die Ecke. Okay. Das ist ein Stück. Au, au, au. Das hat ja schon ein bisschen weh getan hier. Aber egal, das hat gepasst. Sektoid, bitte. Dann vertreibt sie einfach mal hier. Und du schnuppst du mal den da. Ach, schade. Ach. Hat das gereicht? Ist er drauf gegangen? Wir haben jetzt nochmal die Zeit um die Phantome anzuschauen. Ne. Da vorne also. Wurzen. Ach du Scheiße. Von hinten einfach Muten gekommen. Ach du. Scheiße. Okay. Puh. So. Jetzt wollen wir mal gucken. Ablenkung. Ablenkung. Anheben. Und Artillerie. Shit. Ist die Artillerie nicht durchgegangen. Das ist natürlich jetzt richtig bitter. So. Was machen wir denn da jetzt? Können wir den eigentlich nur ganz schnell noch eine Mine in den Weg legen? So. Tja. Da ist auch noch ein Gegner. Oh, das ist jetzt gerade echt makaber. Hier ist noch eine Position. Und dann bitte auf den Muten halten. Und du kannst dann nochmal hier schnell vertreiben, Hennyagen. Okay. Haltung haben wir jetzt nochmal einmal wieder. Wow. Ne. Shit. Das war zu spät. Okay. Wer heilt jetzt? Also er heilt. Und er. Puh. Was haben wir denn da noch? Ah, doch. Das ist schon ganz okay. Zack, zack, zack. Jetzt müssen wir weg. Weg, 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 weg. Puh. Puh. Puh, 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 puh. Jetzt hängen sie da beide auf'n Haufen. Packen wir jetzt schnell die Schützer. hoffen, dass das ein bisschen was bringt. Hoffen, dass das ein bisschen was bringt. Oh, scheiße. Ja. Das ist bitter jetzt. Das ist richtig bitter. Ich glaube, da werden wir jetzt auch sterben, wenn's ganz schlecht ausgeht. Ich bin verletzt. Ja. Wir werden sterben. Nein. Ja, vorbei. Verdammt. Okay, das mit dem Mewton, das war echt gemein, Leute. Das muss ich ja mal sagen. Das war richtig fies. Tja, so ist es, so ist es. Dann würde ich einfach mal sagen, dann sind wir auch am Ende der Folge angekommen. Und ja, schauen wir dann beim nächsten Mal, was wir's besser machen. Also Leute, auf bald!